Haha, haha, yeah! Direkt aus dem Weltraum auf deinem Planeten. Die Internationale. Hey, das ist die Band, das ist die Band, die dich glücklich macht. Oh yeah! Herzlich Willkommen auf dem Mutterschiff, hier benehmen sich alle wie bekifft. Das Wetter interessiert uns nicht, bei uns ist immer Sommer. Splitter nackt tanzen, yo, komm mach dich locker. Lass dich vom Leben nicht strapazieren, lass dir von uns den Hardcore funk initiieren. Wir sind Dopamin für deinen Hörn, alles Negative werden wir schon ausradieren. Doch geniert brauchst du dich hier nicht, frei deine Gedanken und dein Arsch wird dir folgen. Unsere Anweisung solltest du besser folgen. Yeah, seien Sie bitte frisch. Yeah, seien Sie bitte frisch. Yeah, seien Sie bitte oberst, ihr oberst, ihr oberst frisch. Oh yeah, oh yeah, haha. Direkt aus dem Weltraum auf deinem Planeten, um deiner Frau die Titten zu kneten. Du bist schlechter drin und sie hat uns umgebeten. Okay! Direkt aus dem Weltraum auf deinem Planeten, um deiner Frau die Titten zu kneten. Du bist schlechter drin und sie hat uns umgebeten. Okay! Wenn's nicht unbedingt sein muss, man will ja nicht so sein. Die internationale Bestallung live im Konzert, der wohl längste Orgasmus der Welt. Und es ist egal, welches Geschlecht hier verkehrt. Die wollen, dass ich alle was Besonderes halte. Hier gibt's nur ein Mikrofon und ne geile Gitarre. Ich mein, was willst du mehr? Hä? Was zu essen, ein Dach mit dem Kopf und Liebe? Ach was, das wird dich ein bisschen übertrieben. Kündige deinen Job und komm aufs Mutterschiff. Ach was, bring gleich deine ganze Firma mit. Ein Paranies im Weltraum kommt in meinen Schluck. Hip-Hopper, Jazzer oder Swinger-Club. Weltraum-Boogie mit intergalaktischen Barbecue, kosmische Pferdchen und Alien-Voodoo. Vier Titicke-Ladies aus der Milchstraße. München-Durz mit Jupiter-Marinade. Weltraum-Boogie mit Jupiter-Marinade. Direkt aus dem Weltraum, auf deinem Planeten, um deiner Frau die Titten zu kneten. Du bist schlecht darin und sie hat muslim gebeten. Okay. Direkt aus dem Weltraum, auf deinem Planeten, um deiner Frau die Titten zu kneten. Du bist schlecht darin und sie hat muslim gebeten. Was sagen die Leute, die Internationale? Was sagen die Leute, die Internationale? Was sagen die Leute, die Internationale? Schalom, schalom, yeah! Die Internationale, direkt aus dem Weltraum, auf deinem Planeten, um deiner Frau die Titten zu kneten. Bis zum nächsten Mal.